abobos big adventure geht weiter ich hab ich hab echt die angst davor dass dieses spiel gespeichert ich muss das also am stück durch spielen ja jetzt müssen wir kann ich irgendwie angreifen nein aber ich kenne das spiel was wir jetzt hier machen müssen leider ich glaube das wird echt eine harte nummer weil als ob no wonder your balloons look sad they have papa meistens meister papa aber lang würde mir vermutlich ein extra leben geben wenn ich jetzt gerade keinen hätte oder dies wie der fliegt die fliegenballon nur für notfall aufnehmen ja da kommst du nicht durch was wo ich kann mich wo muss ich jetzt wieder anfangen wenn ich alle meine leben verloren habe never give up okay scheinbar habe ich sowas wie unendlich viel leben oder sowas das wird so scheiße ach du scheiße das wird ja jetzt hier am ende noch ein rage dings oder sowas warum ausgerechnet dieses spiel was ist das für ein hans meiser da unten ah die pur weiter bobo get's wein all over his widow face oder sowas das ist ein ballon das ist ein ballon der ist ein extra leben wenn es kein extra leben ist das kannst du meiner oma erzählen wusstest doch balloni nein du cleverer bastard flieg in meine fresse rein dieser typ da jedes mal ich halte ihn hier einfach so da unten in den schach dieser clevere bastard ey ha 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 nein fuck a loser is you aber seht ihr das wenn alle meine ballons weg sind und ich rein zufälligerweise auf einem sicheren boden lande dann kann ich mich retten aber der ist so gut wie nie sicherer bunt was ist das für eine rakete wichse was soll das denn ist das scheiße er kann sich doch nur von treffen lassen ich bin den ballon da unten okay so heißt das scheißspiel das ist doch der ballon du sack gesicht was soll das denn für ein motorrad fritze da unten joggen ey ach du scheiße das ist mein jetpack abobo ich habe mit jedem fucking spiel gerechnet aber nicht damit ja gut okay dann einigen wir uns darauf dass sie alle bekannten nes spiele benutzen heißt ja nicht dass dieses spiel damit berühmt oder sowas ist es nämlich nicht leider oder ist es berühmt ja leider ich muss mich hier arsch konzentrieren wenn ich das sehe dann werden die bestimmt auch sowas wie radios oder sowas mit hinzufügen das ist ein insta kill das ist ein insta kill das ist ein witz oder ist es gerade echt ein witz oder warum ist warum ist das denn ein insta kill der schon wieder muss ich irgendwas tun aha wenn ich den ballon einsammle und keinen verloren habe kriege ich so muss ich ja ok davon muss ich mich scheinbar treffen lassen der ballon ist jetzt auch weg da ist ein neuer da ist ein neuer da ist ein manuel neuer Peter du ich du 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 leut du 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 ung Wenn ja jetzt nochmal so ein Gegner auftaucht, der auf dem Bild bleibt, dann nutze ich das und mal schauen, was dann passiert. Alter, das Spiel ist echt scheiße schwer. Leck mir die Fresse, ey. Den zähle ich nicht als Gegner. Ich glaube, den kann man auch noch gar nicht besiegen oder sowas. Der Blitz! Achso. Ah! Äh! Death Blossom. Death Blossom! Die sind weg. Was ist das für ein Viech? Ich hätte das gerne! What inspired you, Ariel, Acrobatics, the Challenger, Shuttle? Du Scheiße, schaut euch die Viecher da an. Da kommt bestimmt noch so ein Boss oder sowas. Vor allem, weil dieser Hansmeister... Nein, ein Gegner! Ja! Lol, wie ich dir einfach noch so den Rest gegeben habe. Eyeballs aus Castlevania! Oh, Castlevania. Kommt das auch noch dran? Oh nein, Castlevania. Bestimmt kommt das auch noch dran. Wir haben jetzt hier erstmal Balloonfight. Leider, leider. Ja, tschüss. Wo ist das? Da ist noch ein Castlevania-Viech. Der tot. Der hat mich verarscht! Okay, weil sie verschwinden. Oh, da ist so ein Balloonfighter-Viech. Ja genau. Genau, mach alles weg, mach alles weg, mach alles weg. Death Blossom! Okay, die... Der Rage-Squid hier ist... Es lag. Es lag nicht mehr. Der Rage-Squid hier ist super hilfreich. Ich bin erstaunt, dass das Spiel so flüssig läuft, dafür, dass es in NES ist. So, nur noch einmal, dann kann ich wieder Ragen. Ragen wie Rachel. Okay, der war scheiße. Okay, halt in meine Richtung. Die poppen vor... Oh nein. Der tot! Und auch aus Castlevania! Oh nein! Ja, er ist weg. Der tot. Der tot. Ist da Ende? Oh, das ist Arsch lang, Alter. Gib mit dem Ballon! Oh, ich hab gedacht, ich wär jetzt tot. Kommt, das ist ein Boss oder was? Wir sollen hier ein Boss ausschauen. Ich muss einfach meinen Rage-Squid. Was kommt? Nice try, Abobo! Aber mein Jetpack wird niemals... Ah! Ja, er ist abgestürzt, weil sein Jetpack kein Sprit mehr hat. Da ist er. Aber er lebt ja noch. Glaub ich mal. Lol. Ach, das waren die Ballons. Okay, was ist das hier? Ach, das ist eine Story. Okay. Ah. Main Event! Es part a kick. Computer vs. Abobo. The Amazon. Abobo. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal. Ist das hier der Punch-Out oder was? Upright. Grabbing. Oh nein, was wird das hier? S-Punch, A-Kick. Slam Ropes. Pro-Tip. Press A during Balloon Fight to skip to Boss. Pro-Tip. Ah! Lol, was... No filming. Ach, warte mal. LOL! Hä? Ich drück doch alles! Alter Schwede, ey. Ja, dann macht mir hier keinen, ich kann nix machen! Schon wieder! Er macht aber auch gar nix. Hä, was ist das, was, 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 ey, Mann, ist das eine Wichse? Boah, das ist ja schon wieder beinahe ein böses Wort gesagt. Ja, ich kann hier irgendwie gar nix machen. Also, das ist echt eine riesige A- Boah, ich muss hier so viel zensieren. Ja, was ist, was wollt ihr denn von mir, ihr dreckigen... Jetzt muss ich schon wieder was zensieren! Geh weg! Ich hasse nicht. Wuhh... 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 Ey, ist das eine Scheiße. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das Spiel weiterspielen will. Ich muss ja irgendwie noch dahinter kommen. Aber irgendwie ist das Spiel eine absolute Rotze. Ja, der macht mit mir, was er will. Ja, ich kann nichts machen. Ganz egal, was ich mache. Also scheißegal. Es macht keinen Sinn, weil... Es macht einfach keinen Sinn. Ähm, macht einfach alles besser als ich. Das ist aber der Vorteil... Hier gehen wir mal wieder zurück in den Ring. Ey, ich... Ey, ey... Willst du nicht? Jetzt wieder. Das hat er mich ja... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber ich mach's jetzt. Er lag am Boden. Ich hätte ihn jetzt nehmen können. Aber da habt ihr das gesehen? Ich schlack dich doch in die Fresse. Bietsch, bietsch, bietsch. Ja, was... Was? Warum? Warum? Warum gibt er mir jetzt plötzlich... Warum gibt er mir jetzt plötzlich die Fresse, obwohl ich ihn in... Das Spiel ist scheiße. Und so was haben die für die NES programmiert? Alter, wie viel Blut hier jetzt eigentlich ist verdammte Scheiße. Das ist aber... Das war aber bestimmt nicht im Original-Spiel so... Ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr... Ich glaube, ich mach' ihm überhaupt Schaden. Ich mach' ihm nicht mal Schaden, indem ich ihn... Doch, ich mach' ihm Schaden. Ganz wenig. Ich kapier's nicht. Macht es auch irgendwie nur noch das, was er will? Oh, Alter, das ist eine Scheiße. Aber vom Allerfeinsten, sag' ich euch. Boah, das hab' ich aber eine volle Beine... Ja, ich rühr' den gar nicht an, weil der macht mir dann sowieso nur Schaden. Wer seht ihr? Ha, ich hab' jetzt versteh' ich so ein bisschen. Steh' ruhig wieder ab, Junge. Das ist eine Scheiße, ey. Die Grafik tut auch langsam im Auge, im Auge weh. Außerdem sieht das, sieht einmal so eine Scheiße aus. Wir kämpfen jetzt gegen Amazon Prime, wisst ihr? Ich bin schon wieder tot. Okay, jetzt bin ich tot. Mein paar Leben hab' ich ja noch. Ey, weh, den muss ich öfter als einmal besiegen, ey. Dann ist ja aber Zappenluster, sag' ich euch. Sag' ich euch gleich, sag' ich euch gleich. Drück' A und S, ich drück' alles, ich mach' jede... Ja, warum kann der jetzt hier so eine Overlimit machen, aber ich nicht, hä? Ja gut, okay, sie macht sowieso gar keinen Schaden, aber... Jetzt bin ich wieder in den Ring gegangen. Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt gerade in... In die Frisse... ...schlagen, so nebenbei. Warum haben die den Kampf eigentlich schon längst abgebrochen? Ich meine, ich hab' gerade den Ringrichter und den Kameramann umgebracht. Ich? Nicht er! Oh! Kann ich was leichteres haben? Ninja Gaiden zum Beispiel? Oder was besseres zumindest? Ja, wie heißt das Spiel eigentlich? Go Fight? Jetzt mach' Ende hier, bitte! Bam! Full Rage! Jetzt mach' ich dich Ende! A winner is me! Ja! Und das sind hoffentlich nicht die Gegner, das sind hoffentlich die, die mir zujubeln. Ja, das sind sie. Was hier jetzt gerade passiert, ist automatisch. Okay, das ist Cutscene, das ist Story. Oh, wir haben's. Oh, meine Augen, hört doch auf damit. Jawohl, die machen den kalt. Oh, wir haben ihn schlafen gelegt. Okay. Kann man mal machen hier. So, jetzt mach' du hier, Finish. Mach' Kopf ab oder sowas. Oder genau, dann mach' das, was ich dir an die ganze Zeit gemacht habe. Oh, das tut weh. So, jetzt ich hier. Das ist Cutscene übrigens. Wow. Die Musik, Alter! Oh, jawohl! Gleich haben die im Publikum was zu trinken. Nämlich Kirschsaft. Oder die haben gar nichts mehr, weil das, weil er das Stadion sprengt. Ja, er sprengt das Stadion. Ah, er sprengt gleich alles. Okay, der ist tot. Our winner is you. Du bist ein Gewinner. Yay. Und runter da. Oh, Megaman. Megabobo. Megabobo, wie sich das anhört. Okay. Ich bin ein großer Fan von Megaman. Gleich am Voraus. Wie lange nehme ich auf? Ja, wir machen im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute. Ciao. Leider nur zwei Level, aber Megaman. Ich liebe Megaman. Deine, ich liebe dieatellen. Grazieu.